Wie war das Wochenende? Irgendwas gemacht? Irgendwas getan? Irgendwas Vernünftiges? Irgendwas Konstruktives? Die Welt zu einem besseren Ort gemacht? Wieder einmal, aua, mit Tweets. Die Welt zu einem besseren Ort gemacht mit Tweets, was allen Menschen hilft. Ah, zu wenig. Am Wochenende kann man gar nicht zu wenig machen. Würde ich einfach mal sagen. So, ich hab einfach mal aufgehört zu winken gerade. Warte, und ich mach mal eben nochmal schnell. Ja, der Text war gerade nicht für Ragnarök. Nee, nee, das war ein anderes DLC gerade noch. Was ist das hier? Das war jemand schnappen, ne? Geht das bei ihm hier eigentlich? Ich will nur mal probieren. Hast du mich Bastard genannt? Hast du mich Bastard? Okay, das geht nicht. Außerdem soll der Amiga ja sogar sprechen können. Was? Das ist hier gleich mal einfach zu zeigen. Computer Corner mit Lady and Klaus. So, da können wir natürlich die Parameter ändern, zum Beispiel die Tonhöhe. Computer Corner mit Lady and Klaus. Gibt's auch eine weibliche Stimme? Ja, sicher ist auch möglich. Ich kann alles einstellen, wie ich das haben möchte. Dann machen wir ein Gesicht dazu. Computer Corner mit Lady and Klaus. Sieht gut aus. Okay, Steine haben wir. Du bist einfach mehr auf den Chat hören. Gute Idee. Ich finde nicht, dass du aus unseren Fehlern gelernt hast. So. Nee, nee, schon gut. Alles klar. Obwohl, zeig mal. Was? Habe ich gerade UNO gestartet? Sonst noch was? Okay, alles gut. Nee, nee, nie wieder. Ich fahr nie wieder. Ich komme später wieder. Flughafensprecherin. Da waren so viele. Da waren so viele. So, hast du noch mal gerne bitte? Warte, 20 Euro. Du musst das jetzt selber in die Kamera halten. Wann kommst denn? Ja, ja. Äh, heute erschienen. Kauft mein Manga. So los, sagt die. Ach nee, ich hab gar keine Adresse. Ich brauch jede Reichweite, die ich kriegen kann gerade. Aber ich, jetzt muss ich, achso, aber ich soll doch nicht. Ja, sag doch mal, sag doch mal was dazu. Doch, du sollst. Ja, äh, Pal, äh, Buch, Tati, Buch, äh, Manga, RP, Geschichte, GTA-RP und äh... Man muss kein RP dafür kennen. Man muss kein RP dafür kennen. Das kannst du bitte auch noch sagen. Hilfe, ich werde missbraucht. Ich mach immer Werbung für dich umsonst. Was ist hier? Gott, wie es hier stinkt. Äh, wer bist du? Du bist stets willkommen. Ach, was in den neuen Welten stinkt denn hier so fürchterlich? Ach, das. Das bin ich. Schon mal über ein Bart nachgedacht? Du riechst, als hätte jemand auf einen verwesenen Kadaver geschissen und dann daneben gekotzt. Was? Kein Bart wird die Schande von mir abwaschen. Bist du zum Handeln hier? Äh, so. Also ich, ich mag das hier besser. Ich find das hier sehr gut. Äh, äh, so. Erstmal brauch ich Kaffee zum Klarkommen. So, warte. So. Jetzt aber. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Alter. Hallo, ich bin's, Onkel Gregor. Heute wieder ein neuer Stream. Ah, das sieht mega geil aus. Ein Pestfasan? Was hat denn der für ne Murmel in der Mütze? Was? So. Ist mega unhöflich. Ich komm zu dir nach Hause, ja? Und fliegt da dauernd um dich rum und dann ins Gesicht und auf den Arm und überall. Doof. Da würdest du dann auch ein Glas nehmen und mich darin einsperren. Dann mach das doch. Setze ein Zeichen. Also, es geht auch bald los. Es geht auch bald los. Das, ne? Hat letzten Sommer 20 von denen auf dem Balkon. Die vermehren sich auch wie Sau, ne? Genau so, das sag ich den Spinnen auch immer. Dennoch kommen die immer wieder. Ey, Flynn, du musst dir einfach acht Arme, ne, acht Beine wachsen lassen. Und dann gehst du mal zu den Spinnen. Und dann baust du mal mit deiner Drüse überall Netze. Und dann können die mal gucken, wo die sich mal drin verfangen sollen. Äh, äh. Und krabbelst bei denen über die Fliesen. So, gar keiner hinverloren. Jetzt stirbst du. Oh, der Arm. Wie der Arm in der Luft hängt. Ach, schön. Hä? Was? Ähm. War das Wichstücher? Was passiert denn hier gerade? Oh, geil. Gold, Leute. Oh. Alles klar, wir haben ausgesorgt. Wir müssen nie wieder arbeiten gehen. Ich wollte es nur sagen. Machst du mal die Flötenimitation? Was? Flü, flü, flü. Flü, flü. Du warst nur Deko. Ich war nur Deko. Und das war toll. Es war toll. Hast du einen geraucht? Ich hab auch geraucht gestern. Ich hab gestern auch geraucht. Ich hab gesoffen und geraucht. So. Ih, was pulsiert denn da? Das sieht ja aus... Äh. Dr. Pimpelpopper. Was? Ich bleib daheim. Ist mir egal. Ist mir einfach egal. Ich will's gar nicht wissen. Äh. Äh. Gut. Äh. Gehen wir mal die andere Seite. Nur mal so gucken. Ändert sich quasi nichts. Ich leck einfach gern Nudeln an. Das hört sich falsch an. Bin ich zu zitieren. Meine Karre qualmt. Abschleppen deines Autos. Ja, seh ich noch nicht. Was für eine epische Verfolgungsjagd. Ich werde in drei Staaten gesucht. Kommen Sie, Sir. Kommen Sie. Ich glaub, der schiebt mich an. Einmal anschieben, bitte. Danke. Oh, supergeil. Danke. Du wurdest entdeckt. Was? Ist nicht wahr. Die haben mich jetzt erst gesehen. Wuhu. Aus dem Weg kommt der Bürgermeister. Der Bürgermeister kommt. Boah, die Musik. Ich wurde schon wieder entdeckt. Manchmal gucken die ins Fenster. Schlaue Polizei. Du hast voll die schönen Augen. Boah, du hast voll die schönen Augen. Als könnte man reingucken. Und man könnte so einfach... Du guckst in die Augen. Du hast einfach dieses Verständnis von Unendlichkeit. Das Starren ist schon gruselig. Du hast voll die schönen Augen. Das war kein Starren. Das war anschauen. Das war anschauen. Der Alpha hat mich gerade informiert. Sarah M. Fragt gerade. Sarah M. 59. Kannst du Gwangs sagen? Es ist ja das Video. Stoppt. Ich muss kacken gehen. Sarah, pass auf. Es ist folgendermaßen. Ich würde das gerne für dich tun. Aber mach es bitte wie alle anderen. Wenn wir hier zum Beispiel 12 Stunden streamen, dann scheiß dich bitte ein. Das gehört hier zum guten Ton. Das ist höflich. Das zeigt einfach von Respekt vor meiner Arbeit hier als Streamer, als Content Creator. Mach es bitte wie die anderen im Chat. Und lass einfach laufen. Drück alles raus, wenn du musst. Und du kannst hinterher einfach abtuschen. Dann stürzt auch die anderen nicht. Und wir können hier einfach ganz gepflegt weitergucken. Das wäre super lieb. Dankeschön. Ja, ich mach, ich mach weiter. So, gut. Gespaltene Teile von, wo der eine Teil vom anderen nichts weiß. Äh, Gronkh, dieser Raper. Ich hoffe, du meinst Rapper. Ich hoffe, du hast ein P vergessen. Und kannst einfach kein Englisch. Sonst, äh, zeige ich dir mal, wie ich rapen kann. Das geht ganz schnell. Nutella mit oder ohne Butter? Nee, bitte beschwörst nicht rauf. Beschwörst bitte nicht rauf, denn jeder weiß ganz genau, Nutella nur mit Butter. Das weiß jeder hier. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Oder ist absurd. Das einzige Mal, wo man Nutella ohne Butter essen darf, mit einem Löffel aus dem Glas, dann geht's auch ohne Butter. Dann ist das entschuldigt. Alles andere ist Gotteslästerung. Stand da und dann, ähm, unsere Nachbarn hatten dann so Babykatzen und so einen Wurf. Und die sind dann alle bei mir in den Hosenbeinen so hochgeklettert und das waren Schmerzen, weil die haben sich natürlich so, aber es war so süß, aber so schmerzhaft, aber so süß. Ich glaube, so ist BDSM entstanden. So, oh, so süß, aua, aua, oh, so süß, oh, so schön, aua, aua. Ich glaube, ich nehme Wetten an. Wird er sterben? Wird er sterben? Ja oder nein? Nee? Stürbt 100 Prozent? Nein, 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 nein. Die meisten so nö, 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 nö. Weil sie immer wieder nicht an mich glauben. Oh Gott, warte. Psst. Oh Gott. Oh shit. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, aber zum Glück haben wir... Das war meine Strecke. Der hat meine Strecke kaputt gemacht. Die Gleise sind einfach weg. Der hat meine Strecke kaputt gemacht. Die Gleis 2 9o-2. vaisuels- ... Ball Untertitelung des ZDF, 2020